Und damit seid gegrüßt nochmal offiziell, willkommen zurück zu einem neuen Let's Play Wir spielen Brian, ein kleines Indie-Game, in dem wir ein Naturvolk spielen, bzw. ein Jungspiel, der in einem Land von unserer Zeit aufgewachsen ist, in der Zeit der Neandertaler, so habe ich es zumindest verstanden, bloß der Mensch ist nie runter von den Bäumen gekommen, deswegen ist das Spiel auch Pein, der Mensch hat sich nie getraut von den Bäumen hinunter zu kommen und da ist es zu einem Volk geworden, was Baumhäuser baut und in den Wolken und in den Bäumen lebt und nicht die Städte zivilisiert hat und große Häuser gebaut hat, sondern bis es dann Natur verbunden geblieben ist, bis über die Zeiten hinweg. Na dann, ich würde mal sagen, starten wir rein ins Abenteuer, starten wir in das Spiel. Ja, ich habe das schon mal, hier steht fortfahren, im Letztest habe ich das schon mal angezockt. Wir fangen jetzt aber nochmal vorne an, im Let's Play, nochmal ganz von Anfang an, alles von Anfang an, alles von vorne, alles von vorne, los gehts, neues Spiel. Wir starten rein in dieses Naturhafte Abenteuer. ... ... ... ... ... ... Grown-Bound, Kongregate Publishing, entwickelt von diesen Menschen. Musik und Ton von diesen hier. Und da sind wir, wie es aussieht, im Abenteuer Night Quest Ceremony. Und zum Sprinten, Left Shift, Störungen wie HSD natürlich und Maustasten wahrscheinlich. Die Maus kann nicht bewegen. Wir können Großzapfen aufsammeln. Mit E können wir Sachen aufsammeln. Ah ja. Hallo. Wie geht's dir, Mesp? Ich bin nur ein bisschen nervös wegen der heutigen Feierlichkeiten. Nervös? Ja, ich fürchte nämlich Kahn nicht mehr so oft zu sehen, nachdem er eingezogen ist. Ich werde ihn vermissen. Mach dir keine Sorgen. Es ist ja nicht so, als ob er dann weit weg sein würde, oder? Und was ist, wenn er Geschmack an der Freiheit findet, wenn er auf Reisen geht und so weiter? Oh nein. Okay, hier sehen wir schon die ersten Baumhäuser. Wir haben auch eine Giererleitung hochgezogen. Das geht bei denen nicht ins Besuch kommen kannst. Hier kommt man theoretisch hoch. Theoretisch. Okay. Mirwe haben wir hier. Oh, ich kann die heutige Zeremonie kaum noch erwarten. Es gibt doch nichts Schöneres, als dass es unserem Dorf gut geht und dass wir zusammen Spaß haben. Nur noch ein paar Stunden. Okay. Es findet wohl hier am Dorf eine kleine Zeremonie statt. Vielleicht sogar eine große. Da wollen wir natürlich beiwohnen. Hier gibt es Steinsammeln. Oha. Ein wunderschön Ausblick. Auf die Nande. Im Jenseits unseres kleinen Dorfes. Ein kleines Felsstüchen aufsammeln. Mutters Boden. Ich habe da unten noch eine von diesen großen, pinken, gefielernden Bällen durch die Gegend laufen sehen. Nur ein weiterer Tag, an dem ich froh bin, dass wir hier oben entziert sind. Läufst du wohl wieder durch die Gegend. Was? Erledige vor der Zeremonie ein paar Besorgungen. Hm. Zeremonien. Als ob wir nichts besseres zu tun hätten. Die Hälfte der Klippe ist am Einstürzen und wir essen einen Topf. Das ist echt aufheiternd. Achso. Okay. Das ist echt aufheiternd. Ich habe den Satz gerade nicht verstanden. Manchmal frage ich mich, um wen nicht andere ein bisschen besser riechen würden. Wenn ich alles mit einer Art Schaum waschen würde. Schaum? Oh. Kümmere dich nicht um mich umherschäufende Gedanken. Ja gut. Da war sie kurz davor die Seife zu entwickeln. Ich bin so aufgeregt heute endlich in unser neues Baumhaus ziehen zu können. Muss teuer sein, wenn man sich ab und zu ein bisschen vom Gemeinschaftsleben zurückziehen kann. Wenn man einen Ort nur für sich allein hat. Ich freue mich für dich Kahn. Können wir den ganzen Baumstamm aufheben? Ne, Kahn noch nicht. Später irgendwann. Tju. Auf dich ist das Boten Junge immer verlass. Ach, ich helfe doch gerne. Schön das zu hören. Und du bist wenigstens auch da. Im Gegensatz zu deinem Bruder. Heute bekommt man ihn ja gar nicht zu fassen. Ganz wohl, als würde er für mich die Baumstämme nicht mehr tragen wollen. Okay, können wir die Baumstämme tragen? Okay, wohl eher nicht. Okay, wo geht's hier lang? Hier unten ist eine Farm. Okay. Und noch ein bisschen Weizen. Okay, von mir aus. Ein bisschen Diebstahl hier. Sie lernt es nicht von den Wachen machst. Hm. Neue und Strom. Oh, ein bisschen Maus. Ist ja wahnsinnig spannend. Gut. Gute Nacht, danke. Ich schau mir nur die Totensteine an. Okay. Hier in den Sommer gehen. Dann nehmen wir den Weg auch. Und wenn die heutige Zeremonie vorbei ist, hätte ich gut Lust darauf, mit allen zusammen ein Spiel zu spielen, vielleicht nach dem Eintopf. Ah, Hugh, da bist du ja. Wir sind mit den Vorbereitungen fast fertig. Elmar und Edwin haben um weitere Ressourcen für das Baum was gebeten. Ich würde ja deinen Bruder fragen, aber ich kann ihn nirgends finden. Was, noch mehr Ressourcen? Ja, ja, ich weiß nicht was genau, aber bitte geh einfach zu ihnen. Geh schon. Okay, wir müssen die nächste Quest ab, bei Edwin und Elmar. Schuh, was willst du denn? Äh, nichts, ich wollte nur mal Hallo sagen. Naja, ich helfe Manga da mit dem Eintopf, den du doch so gerne machst. Ähm, habe ich irgendwie vergessen. Ist doch bei jedem Besuch. Jo. Ja, gut. Dann sind wir wieder unten. Hier waren wir schon oder? Ja. 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 Und auf dem Weg. Geht doch mal, was ich jetzt nicht tun kann. kann ich. Gucken was hatte ich. Stunden später. Ach, hier sind wir so hin. Sehr schön. Wir wollten das Baumhaus schon fertig nennen, aber die Felsen auf denen das Stehen sind einfach so brüchig. Wir wollten uns mit Gary beraten, aber er hörte uns einfach nicht zu. Kannst du noch mehr Starrseil und Stofftuch für zusätzliche Befestigung beschäftigen? Gary sollte dir mit Marholz und Starrseil helfen können. Luja hat, glaube ich, ein... Ja, toll. Ich blätter uns so weit weg. Ne, ne, ist irgendwas. Da müssen wir zunächst sammeln. Ich habe jetzt nichts zu tun. Wie kann ich dir helfen? Ne, man und Edwin brauchen noch mehr Starrseil zum Festungshauses. Okay, das hatten wir schon. Du hast eine Idee erhalten. Ideen sind Pläne von Gegenständen, die du selbst herstellen kannst. Ruf dein Menü Escape auf und gehe zur Herstellungsräte, um Ideen herzustellen. Das war jetzt über die erfolgreiche Ressourcen verwächst. So, wo kriegen wir noch Starrseil her? Starrseil, Starrseil. Das ist kein Starrseil. Das ist kein Starrseil. Oh, vielleicht Starrseil. Fertigen. Bring die Ressourcen zur Baustelle. Danke dir, Fu. Hoffentlich reicht das dann auch. Das muss einfach reichen. Unsere Bäume sind nicht so schnell gewachsen, wie sie sollten. Deswegen wird Marholz auch bald knapp werden. Vielleicht ist es dann jetzt an der Zeit, die Lande unter uns zu erkunden. Wir werden nicht ins Außengebiet gehen, um mehr zu finden. Wir alle wissen, dass das völlig außer Frage steht. Wie auch immer, bei den heutigen Feierlichkeiten dreht sich alles um die Fertigstellung des wunderbaren neuen Baumhauses. Lass uns das hier mal fertig machen und mit der Feier anfangen. Ich kann deinen Bruder nirgends finden. Könntest du ihn dazu bringen, auch zur Feier zu kommen? Er hockt wahrscheinlich in seiner Ecke und malt diesen ganzen Unsinn zusammen. Ich bin froh, dass du hier bist, um uns zu helfen. Der Hausbau geht dieses Mal nicht so ganz leicht von Hand. Hoffentlich wird es mit etwas zusätzlichem Material robust genug sein. Mit dem kann man nicht noch reden. Aber wir können hier hoch, oder was? Ein kleiner Hausbesuch. Hausbaustelle besuchen. Das geht hier nicht wirklich. Dann gehen wir mal zu unserem Bruder runter. Wir können rollen. Nein, nicht wirklich. Ab und zu ein bisschen. Okay, hier haben wir... Das war ein Zapfen? Okay. Ah, da ist er schon. Hey, Hugh. Gary hat mich den ganzen Tag an Baumstämme schleppen lassen. Deshalb habe ich mich ein bisschen zurückgezogen. Ich habe da unten wohl noch eine von diesen weißen, schleimigen Kreaturen gesehen. Wenn man die Augen genug zusammenkneift... Nein danke, ich passe. Weggeschauen solltest du niemals. Es gibt so viel zu erkunden und zu sehen. Naja, nicht wenn es nach Marla und Gary geht. Bäh, die haben doch nur ihre Baumhäuser und Zermonien im Kopf. Es muss doch noch mehr auf dieser Welt geben, als das hier, oder? Ach ja, wegen der Zermonie. Sie fängt schon bald an und ich soll dich für sie holen. Naja, ein bisschen Zeit haben wir ja noch. Ich habe doch diese merkwürdige Konstruktion gefunden. Weißt du noch? Ich glaube, ich weiß, wie man sie aufbekommt. Ich weiß nicht, Amam. Dir ist klar, was Marla darüber sagt, zu weit von Zorz weg zu gehen? Ach, jetzt komm schon. Wir haben vor der Zeremonie doch noch ein bisschen Zeit. Wir treffen uns am Ernteplatz, wenn du fertig bist. Dann zeige ich es dir. Okay. Treff am Ernteplatz. War das nicht ein Sprintknopf? Ja, hier war ein Sprintknopf. Der Ernteplatz ist da unten. Ich muss noch ein bisschen los. So, Hallöchen. Ich wusste doch, dass dich das interessieren würde. Naja, ich mache das nur für dich. Wir sollten noch schnell essen, bevor wir uns zum Anzirkunden machen. Schnapp dir was von dem Margariam-Star drüben. Das wird die Kräfte im Null zurückbringen. Mach das nicht schon. Weit auf deinen Arm hören, deine Energie im Auge. Jede Aktion erschöpft dir Energie ein bisschen mehr. Essen ist deshalb effizient und ehrlässig. Deine Energie kannst du mit jeder essbaren Nahrung die Spielwelt auffrischen. Hefe, hefte einen Gegenstand an deinen Anheften, um ihn für ein schnelles Häppchen auszuwählen. Dies machst du mit Durchhalten von Q. Das kannst du während des Spieles durch schnelles Auswählen. Ah, ja. Okay, so können wir Sachen essen. Hm. So, hier ist glaube ich schon, haben wir schon alles abgeahntet. Also gut, dann lass uns mal sehen, was wir finden können. Bevor Marder ihren steinalten Kopf gedreht hat, sind wir schon wieder zurück. Der letzte muss zwei Schüsseln von Marder sein zu fassen. Nachmittag. So. Let's go. Und jetzt wird dran. Wie auch immer. Ähm. Hier hin. In Ordnung, hier ist das. Ich habe ein paar Bücher entfernt und dann das Runde Ding dahin gesehen. Dann bin ich darauf gekommen, dass wir es wahrscheinlich mit irgendetwas treffen müssen. Werfen hat aber auch nicht geklappt. Schau mal, deshalb habe ich Steinschnull eingepackt. Die Ehre der Durchführung ist übernassigt. Mal sehen, was passiert. Du verfügst jederzeit über einen Nahkampf- und Fernkampf-Slot und X kannst du zwischen den beiden wechseln. So, Stunden später. Wow, lass uns mal sehen, was wir finden. Amma, warte. Okay. Rein hier. In der Hölle. Okay. Jetzt gehen wir hier gucken. Mal Lucky Lucky machen. Okay, da können wir nicht lang. Jetzt wird es fest versperrt. Exhaustet. So, schau mal. Das sieht wie ein echtes Armtürwerkzeug aus. Jetzt ist es noch eins. Du sollst es dir schnappen. Aha. Sieh nur, wenn du das ein paar Mal durch die Luft schwingst, wirst du echt stark aussehen. Okay. Wenn du es ein bisschen hinter den Kopf hältst und dann den Schlag loslässt, dann ist es ein starker Angriff. Zwischen Angriffen können wir hier aus dem Gegend sie treten. Dann können wir uns diese schleimigen weißen Gräte und gar nichts mehr haben. F. Wie wäre es, wenn wir Sport und Schläge kombinieren? Endliche Möglichkeiten. Sehr schön. Left Shift und Left Maustasten. Und Stich angriffen. In welches Glas? Allá, es benefits 4. Alright, das ist es danke. Stichangriff. Schau dir das mal an. Ja, so geht es auch. Ich dachte, ich müsste die Tür hier mit Mechanismen öffnen und so. So geht es natürlich auch. Amam, bist du in Ordnung? Ja, alles gut. Ich habe mein Nechtgewicht verloren. Hoppla. Es war aufregend, aber jetzt muss ich hier raus. Kannst du irgendeinen Ausgang erkennen? Da ist eine Holztür. Daneben hängt eine kurze Notiz. Links, links, rechts. Irgendwelche Ideen? Schau mal, was ich finden kann. Links, links, rechts. Ah, verstehe. Es ging noch hin. Es hat geklappt. Wollen wir mal gucken, ob ich den jetzt auch bekomme. Jo, hat er. Da auch. Puh, ich bin froh, dass wir rausgekommen sind. Was meinst du, wollen wir noch ein bisschen weitergehen? Ich weiß nicht, Amam. Das war schon ziemlich knapp. Aber wir sind doch nicht beide hier. Wir sind doch noch beide hier, oder? Nicht? Komm schon, lass uns etwas Nahrung essen, wenn du noch was hast. Und dann können wir weitermachen. In Ordnung. Halte Zitr. Heidel-Items. Aha. Ein Schalter. Und dann haben wir eine Notiz. Eine Notiz. Das steht. Links, links, rechts. Großartig. mit haben du wirst du von dann okay dann hat nicht das aber schau dir das mal an diese figuren sehen wie menschen aus und große davon er muss ein armtürer sein der aus dem außengebiet kommt und irgendwann scheint er wieder gegangen zu sein könnten sie menschen von unserer krippe sein unsere vorfahren das kann nicht stimmen wir sind es doch noch nie im außengebiet gewesen na ja wer hätte dieses zeichnung sonst gemacht haben sollen sieht so aus als hätten sie die höhle hinter sich verschlossen du verstehst du nicht was das bedeutet das heißt dass irgendwann menschen aus dem gebiet gegeben hat wir können einen tag dorthin können eines tages zurückkehren in diesem land muss es dort noch mehr geben als die schrecklichen cartoon von denen man uns erzählt wir sollten mal erzählen was wir gefunden haben als ob ich davon nichts weiß und ich glaube wir sollten besser schnell zusammen gehen die dusche mal voran ich will das hier noch ein bisschen länger anstarren ich schließe gleich zu dir auf und 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 Untertitelung des ZDF, 2020